So. Eismission. Ah! Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh nein! Hä? Moment. 25. Hä? Habe ich gerade nicht gespeichert? Bin ich besoffen? Habe ich gerade gar nicht ein Save-Site gesetzt? Ach, Schleiße. Ja, dann halt nochmal. Boah, ist das eine Katastrophe heute. Zum Glück muss ich heute nicht so viel machen hier. Ich stelle mich ja gerade richtig dumm an. Also auch irgendwie so generell alles, gerade ich bin so dumm und hässlich und dumm und dick. Egal, ähm. Ja, hier ist egal, da kann ich eh alles ignorieren. Das heißt, da muss ich mir jetzt auch gar keinen Kopf machen. Aber weiter hier. Dick ist eine Lüge. Das stimmt vermutlich. Geh, jetzt hörst du mal hier rein. Hier war nichts, ne? Aber ein paar Federn, die kann ich vielleicht gebrauchen. Ich nehme sie präventiv mit. Tut mir leid, ist es mich heute echt gerade... Ja, ich bin gerade echt dumm. Aber ich bin irgendwie heute auch keinen ganzen Tag voll müde. Ich glaube, ich habe letzt... Ich habe eigentlich gut geschlafen, aber irgendwie... Ich bin den ganzen Tag schon so übel müde. Ich habe mir vorhin schon extra einen Kaffee herangezimmert. Mal gucken. Vielleicht hat er seine ganze Wirkung noch nicht entfaltet. Mal schauen. Ich habe es nicht mehr. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. B12. Stimmt. Ich auch. Brrrrrr. Brrrr. Leon im Chat lesen. Geh, hör. Es ist nicht leicht. GTA 3 oder City Stories? Da würde ich auf jeden Fall GTA 3 vorziehen. Da hatte ich ja deutlich weniger Probleme. Also auch GTA 3 hat ein paar Reuten-Missionen, aber und natürlich das Nicht-Vorhandensein der Karte, was mich halt immer ein bisschen fickt. Nein, aber GTA 3 ist schon viel angenehmer. Er hat sogar gelesen. Was denn? Was hab ich denn jetzt wieder? War er auf dem Dach des Hauses? Ne, ne, da wollte ich gleich hin und jetzt nicht an Banjo auch dicken Bären zu nennen. Ne, 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 ne. Dach des Hauses oder weißt du die Stories? Äh, Dach des Hauses. Das Gefühl, ich beantworte die Fragen zu ernst. Gott, das ist aber auch ein Akt hier. Äh, das ist halt alles Rutsche hier, glaub ich. Ist das das Dach des Hauses überhaupt? Zählt das? Ja, ich geh jetzt auf jeden Fall mal hier rein. Bestes Mal war hier gar nichts, ne? Nein, weniger als nichts. Diesmal auch. Gut. Dann ist irgendwas anderes gemeint. Bitte speichert vom Dach des Hauses. Dann salte ich keine Saves. Niemals. Saves, die sind für Loser. Ich liebe es, die Original-Spiel-Erfahrung zu haben von Spielen, die dann einfach unfaire Passagen haben und ich permanent sterbe und gar nicht mehr weiterkomme. Ich liebe das total. Irgendwie hatte ich den Dialog schon letztes Mal. Ich habe ein Deja Vu. Achso, warte mal. War da oben noch? Da oben war noch was, ne? Da bin ich ja gerade runtergefallen. Ich speicher. Das Haus, was im Winter komplett zu ist. Achso, das Haus. Ja, okay. Lässt sich arrangieren. Ich gehe jetzt erstmal woanders hin und werde es dann vergessen, okay? Ist das ein Deal? Ging nach dem Deal. Okay, guter Deal. I receive gar nichts und keine 100%. You receive nothing. Schau mir zu, wie toll ich fliegen kann. Ich bin jetzt ein ausgewachsener Adler. Noch besser in diesem Spiel, wenn man vergisst, zu speichern lernen. Ich habe so ein Gefühl, dass da... Ich habe eine Belohnung für dich, mein Freund. Hier ist sie. Er hat einen Puzzle-Teil ausgeschissen. Voll mit Scheiße. Vielleicht schön, wenn da noch so braune Flecken dran wären. Aber das ist ja nicht Kongress-Bet-Fürde. Kongress-Bet-Fürde lieber als Benzykazuri. Darf ich das sagen? Oder ist das, äh... Illegal? Ich wollte gerade eine Karte öffnen. Ich bin einfach... Ich bin... Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich bin übermüdet. Ich bin wie Milhaus. Ich bin so müde. Vom Leben. So, das war jede Jahreszeit bisher Scam. Dieser Raum da drin. Und ich hoffe, er ist es jetzt auch. Das wäre nur fair. Ich kann auch so ein Spiel. Noch zwei Monate. Dann kommt das Baby. Jetzt trinkt einen Schluck. Okay. Und noch einen Schluck. In diesem Sinne, danke für den Sub. Danke für den Re-Sub, sollte man ja sagen. Ich fühle mich wie so ein schmutziger Streamer, wenn ich sowas sage. Du, wie du bist schon? Tausend Monate. Warte mal, sieben Monate müssen es dann sein, ne? Ich kriege die so nicht kaputt. Ich bin so besoffen schon wieder. Es wird heute nichts mehr. Moin, du Mensch. Ich hasse Menschen. Ich glaube, das hier ist aus Scam. Ich speichere lieber. Ich habe Angst vor allem. Tu ich halt einfach. Hm. Moment, 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 Moment. Da habe ich doch gerade was gesehen, oder? War es wieder nur so ein Leben. Moment. Momentchen mal. Da war gar nichts. Hä, was habe ich denn gerade? Ich habe das gerade nicht immer gesehen. Bye-bye. Nö, Scam. Geilo. Der richtige Saufziege. Saufziege ist auch ein schönes Wort. Schluck, Specht. Ja, da verpisse ich mich halt. Fucking Banjo-Kazooie. Aber der merkt sicher nichts. Das stimmt. Ich habe Guac gemacht. Ich habe Quark gemacht. Quark. Was ist doch Quark? Warum werden Käse und Milchprodukte... Quark ist eigentlich kein... Ist Quark Käse? Quäse! Äh. Warum werden Milchprodukte eigentlich immer als... Was negativ... Also... Hm. Sorry, ich verstehe es vielleicht. Aber so... Sag, das ist doch Käse. Das ist doch Quark. Das ist immer so negativ. Verstehe ich nicht so ganz. Ja, Milch ist Gift und so. Aber, äh... Als diese Wörter gefunden wurden, da wusste es noch niemand. So, ab aufs Hausdach. Ich glaube, ich bin noch drauf. Was? Ich habe noch nicht so emotional geschrien. Guck mal, ich habe es geschafft. Hey. Meine Stolz sind die dem Spiel echt verloren. Kann ich blind schon nachvollziehen. Die BDTV-Emotes gehen bei Streamlabs wieder nicht. Ah, geil. Quarkamole. Sochwäse. Nutzt bitte den Huckepacklauf. Wegen der Ausbreitung der Milchgebenden Kühe. Ja. Das war auch mein Gedanke, aber... Das weiß ja niemand. Damals. Sprache. Ach, was verlabere ich. Tschüss. Ich gehe nach Hause. You died. Almost. Die deutsche Sprache ist ein Tierrechtaktivist. Ah, ja. Milchgebende Tiere. Es gibt auch Ziegenkäse. Bah, Ziegenkäse ist so hammereklig. Fick. Mich. Nicht. Okay, weil wir Huckepacklauf, da rutscht man halt nicht so rum. Das ergibt schon irgendwie Sinn. Hier war das Problem aber gerade nicht das Rutschen, sondern die Perspektive, die ich mir aber selber hätte einstellen können, wo ich aber zu faul für war. Das ist okay. Ich blame das Spiel nicht. Ich habe trotzdem gestated, weil ich nur Loser bin. Diese Perspektive manchmal. Tipp, 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 tipp. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm heute. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm heute. Heute. Oh wow. Heute. Oh wow. Ich mag es, wie er das kaputt klopft. So. Jetzt habe ich ja eigentlich hier auf dem Weg nach oben schon mal alles mir angeguckt. Mumbo besuchen. Das ist auf jeden Fall auch noch eine Option. Das ist absolut richtig. Ich kann noch tauchen. Ich kann fliegen. Ich könnte theoretisch bis ganz nach oben fliegen. Ich kann mal gucken, ob da diesmal irgendwas ist oder halt da, wo mal das Positiv war. Ich gehe von einem Nein aus. Aber man weiß ja nie. Hey, nix ey. Es gibt für alles ein Too Much. Gar so ich. Und beleidige Leon. Das ist eine gute Idee. Da mache ich gleich mit. Mein Selbstwertgefühl ist manchmal schon ein bisschen komisch, ne? Selbstwertgefühl. Ich muss eigentlich noch eine lustige Geschichte erzählen, die heute passiert ist auf der Arbeit. Vielen Dank. Ich nehme den Damage in Kauf. Er ist nicht so toll. Das war einer. Ich wollte ihn auch unten. Okay. Mann. Inkompetenz. Ich packe es immer länger. Mann, Leon. Es ist ungewohnt von Marvin beleidigt zu werden, aber ich finde es auch ein bisschen geil, muss ich sagen. Vor allem bist du richtig beleidigend. Das ist kalt, ne? Da sterbe ich wahrscheinlich schnell. Tauch ruhig in das Eiswasser hinein. Deine Luftreserven werden bald am Ende sein. Ich wusste das. Habt ihr gehört? Ich gehe mal wieder. Heiz sie nicht mehr aus. Alles klar. Ciao. Ich hänge Leon auch nur Spiele, um ihn beleidigen zu können. Das ist eigentlich nur fairer Tausch, weil ich beleidige ja die Spiele dann immer. Gibt es auch irgendwo den Eingang jetzt unter Wasser oder nicht? Oder war der da? Oh Gott. Wo kann ich denn ganz lang tauchen? Bitte nicht. Frau Tok Tok Gay. Hat er die einfach am Ende? Scheiße, Mann. Wobei es könnte sein, dass es vielleicht mit der Verwandlung... Vielleicht muss ich einmal mit der Verwandlung da rein. Ach, ich weiß es nicht. Hilfe, 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 nicht mehr. Hallo, Eismann. Wann gehen wir Eis baden? Boah, Alter. Ne. Ups. Ah, da ist der Eingang. Guck mal. Da muss ich hundert... Sag mal. Mach schaller. Bist du beschallert? Du brauchst nichts mehr. Die Jahreszeit ändern. Also wenn du alles sonst haben solltest. Okay. Also gibt es hier auch keine Verwandlung? Doch im Winter gibt es hier eine. Ich kann kein Deutsch. Passiert. Passiert. Ich schaue mal nach. Das ist tatsächlich sogar gerade meine Idee gewesen. Meine nächste. Schon mal gucken. Es gibt ihn nicht mehr. Mumbo ist im Urlaub. Mumbo ist im Urlaub. Kommt im Frühling. Wieder. Äh. Wird das... Das war das hier mal auch durch. Warum gibt es hier so viele fucking Mumbo-Schädel? Frage ich mich so. Mumbo ist im Urlaub. Mumbo ist im Urlaub. Mumbo ist im Urlaub. Oh oh. Ripp Mumbo. Never forgot. Oh Gott. Äh. 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 Pfff. Das fräsen auch schon heute. Damn son. Nicht mal Nutten. Naja. Er kriegt bald seine Nutte. Ich kenne dir in Sequenz. Warum hat Mumbo nichts? Der dumme Sack. Ich hasse ihn so sehr. Ich möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ja. Hier ist alles. Scheiben. Ach. Hier war ich jetzt noch gar nicht neu. Naja. Guck mal. Dann ist doch jetzt schon mal eine gute Sache hier. Drei Noten fehlen dann noch. Gott. Wenn ich diese halbe Panik hatte, dass ich dich kriege, wenn ich irgendwo abrutsche vielleicht. Achso. Ich wollte nur noch die Geschichte erzählen auf der Arbeit, ne? Hier wurde Polizei angedroht. Das ist die Kurzform. Wir müssen die Game Over Sequenz noch mehr... Stimmt. Stimmt. Ich dachte, jetzt fehlt nur noch eine Note. Note. What? Das heißt, ich habe, weil ich ja verpasst... Och, nee. Bitte nicht. Jetzt erzähl. Los. Ähm. Also, ich hatte heute einen Spezialauftrag auf der Arbeit. Ich sollte Pappmüll wegbringen. Wir haben zwar so zwei fette Müll... Also, Pappcontainer. Für uns. Aber wir haben scheinbar so viel Pappmüll produziert. Oder aber jemand hat mal wieder vergessen, den Pappmüll rauszustellen, als abgeholt wurde. Ich weiß es nicht genau. Jetzt hatte ich den Auftrag, Pappmüll wegzubringen. In ein... Zu einem Edeka-Laden. Ganz weit im Norden. Die so eine fette Papppresse haben. Joa. Passiert wohl öfter mal, dass die da hinbringen. Mir war das gleich so ein bisschen suspekt, weil ich mir dachte, hä? Edeka? Haben wir jetzt nichts mehr zu tun? Dürfen wir das einfach so da hinschmeißen? Aber ich dachte mir, gut. Werden da, wo irgendeine Deal haben? Was weiß ich. Ja, bring's da hin. Musste da erstmal über lange warten, weil da irgend so ein anderer gerade noch seinen Müll abgeliefert hat. Dachte mir ja gut, ne? Muss ja sein. Dann schmeiß ich meinen Müll da rein. Fang an. Und, naja, ich hab dann gerade so einen blauen Plastikbeutel dann quasi da reingeschmissen. Also, ohne Beutel. Also, ich hab den quasi ausgeschüttet. Wollte ihn da ausschütten. Und die ganze Zeit, das soll ich auch noch sagen, weil da war gerade Waren... Ich laufe einfach mal so random rum, wenn ich das erzähle. Vielleicht finde ich irgendwas. Kommt so einen... Also, die ganze Zeit war da so hier Warenannahme. Also, da gab es wohl gerade eine Lieferung. Kenne ich ja noch. Die waren da ganz alt im Fricke hin. Und als ich das da gerade reinschmeißen wollte, so ein Typ hat mich die ganze Zeit schon so suspekt angeguckt. Dann schreit einfach nur, Stopp! Und ich dachte mir so, oh Gott, was kommt jetzt? Ja, ich will mal reingucken da. Guck dann in meinen... in meinen, äh... in den Beutel rein. Und ja, das Gute war, da war zumindest schon mal kein offensichtlicher Plastik drin. Aber da waren ja auch so ein paar Küchenrollentücher und so drin, wo ich mir gar nicht sicher bin. Kann man das in den Pappenmüll schmeißen? Ich weiß es nicht. Ich schmeiße es in meine Bio- oder Restmüll. Ähm... Loch tauchen. Ja, ich hab Angst davor. Naja, zumindest hab ich dann, äh... Ja, hat er das dann dann reingeguckt, hat sich halt lauter als beschweren. Sag mal, glaubt ihr, hat gehört in die Pappenmüll hier? Die Küchenrolle benutzt? Bla, bla, bla. Benutzte Küchenrolle nicht in Papier. Okay. Ich meine, ich tue sowieso nicht, aber, naja, Mülltrennung im Laden ist manchmal eine schwierige Geschichte. Ah, da hat er sich halt lauter als aufgeregt und hat dann wirklich mich angeschissen, so basically, ne? Dann so, ja, ja, was hält euch eigentlich ein? Und dann so, ja, ich spreche hier mit offiziellen Verbot aus. Ihr dürft hier nicht mehr euren Pappenmüll abliefern. Ähm... Ihr kauft hier nie was bei uns im Laden. Äh... Das ist ja so, als wenn ich zu euch kommen würde oder zu dir nach Hause und den Müll bei dir abliefern würde. Wie fände ich denn das, hm? Ich spreche hier mit offiziellen Verbot aus und wenn ich euch hier noch einmal erwische, dann rufe ich die Polizei. Also ich dachte mir so... Bro! Ich verstehe deinen Punkt ja so ein bisschen, ne? Ist halt schon ein bisschen... ein bisschen scheiße. Ich bin aber halt auch nur die ausführende Kraft hier. Mir wurde gesagt, ich soll das machen und ich mach's halt einfach. Und... Keine Ahnung, kack halt nicht mich an, sondern kack den Chef an. Ruf bei uns im Laden an oder so. Ich bin nur ein fucking Fahrer. Und kack den nicht bei mir aus. So. Ich wünschte, ich hätte der Situation auch so reagiert und das irgendwie sagen können, aber natürlich war ich in der Situation dann wieder so, hm... Können wir natürlich nicht wieder wehren. Also ich hatte das jetzt nicht, weißt du, ich hab mir halt gedacht, was ein Wichser. Er dachte mir so, ja, ja, okay, okay, bla, bla, bin einfach weggefahren. Aber mein Gott, ey. Das ist mal wieder so dieses, dieses, ne? Ich denke mal, das war der Marktleiter oder so. Meine Theorie bestätigt, Marktleiter im Einzelhandel sind immer Arschlöcher. Es gibt, es gibt keine netten Leute, also nette Leute im Einzelhandel, ja, aber es gibt keine Entführungspositionen. Es gibt sie einfach nicht. Das ist wahrscheinlich der Laden selbst, der sie komplett kaputt macht. Ich meine, ich kann es verstehen, es ist halt ein Kackjob, aber lasst euren Frust nicht an anderen aus. Meine Güte. So, keine Personaerweckung bei Leon, ne. Das war die Persona 3 Erweckung in meinem Fall. Ich hab mir den Kopf geschossen. Naja, ähm, ja, keine Ahnung, war dann halt weird. Ich hab ja meinem Chef, der ist ja zu, mein Chef wäre zu recht entspannt, der hat dann auch gesagt, ja, schade. Oh mein Gott, ey. So. Unangenehme Situation, ich hätte bestimmt gewaltt. Ich nicht. Früher hat mich das Meer mitgenommen, in der Situation hab ich gedacht, ja, ach, laber mich nicht voll. Wie gesagt, ich verstehe ja irgendwo seinen Punkt. Mir war das ja auch so ein bisschen suspekt und so dachte mir so, naja, ist ja eigentlich schon irgendwie scheiße, in deren Edeka jetzt mich, unseren Möder abzuliefern. Aber ich dachte mir, gut, vielleicht haben die, wie gesagt, vielleicht irgendeinen Deal. Dann sag mir doch freundlich, ey yo, ich hab das jetzt schon öfter mitgekriegt, dass sie hier das reinschmeißt und mein Möder nicht richtig trennt. Lass das mal bitte. Ich möchte das nicht mehr. Das hätte er ja sagen können. Er hätte ja auch gesagt, ja okay, verstehe ich. Aber kack mich halt nicht so an. So. Punkt. An dieser Stelle beende ich die Folge. Oh Gott. Und beim nächsten Mal tauchen wir. Ich hab Angst. Ugh.